Oh? Hahaha Salz Papa Ja mein Schatz, Papa dreht gerade ein Video Kannst du mir einen Schnuller geben? Ich kann dir auch einen Schnuller geben Warum ist dein Video? Weil Papa ein neues Video filmen möchte für YouTube Warum machst du das immer? Weil mir das Spaß macht Wenn ich mich selbst sehr nahe fand Na ja, dann machen wir uns das jetzt mal Dann machen wir uns das jetzt mal Dann machen wir uns das Tag der Marco, frisch aus dem Urlaub zurück gibt es ein neues Video und zwar Au! Verdammt! Tag der Marco vor bärlichen Essen Da bin ich wieder Heute kümmern wir uns etwas Brrrr Brrrr Schritt 1 für den Pete's Meat Burger Pfanne auf 4 von 6 Gerade frisch angemacht Und ich sehe Da die falsche Platte Hihihi Ah wie doos Heute um den Big King von Burger King gekümmert Habe ich mich noch gar nicht, will ich aber Mann, heute ist aber wirklich der Wurm drin Tag der Marco vom ehrlichen Essen Heute machen wir aber etwas klassisches Klassisch Ich Hallo Lennox Ich hoffe, mach dein Video schon wieder Weil ich das will Kann ich auch mal mit sagen? Ja sag doch mal Hallo Lennox von ehrlichen Essen Ne noch nicht Ich sag Schau von ehrlichen Essen Hallo Kamera Auf den Kopf stellen Auf den Kopf stellen Wenn es halten würde Da war der Ring und dicht Super! Outtake Nächsten Becher nehmen Chili Dog machen Chili Con Carne Pizza Pommes Mann! Sammeln Sammeln Sortieren Sprechen Ne? Wie viele Sachen von Fastfood Ich mag Blöde Ansage nochmal Und ähm Was wollte ich jetzt sagen? Wie doof Wir fangen nochmal an Tag der Marco vom ehrlichen Essen 8 Sind heute mal etwas ganz schnelles Ist ein ganz schnelles Video Ich habe Nur öfter schon even Ich habe Ich habe Ich Voll dauerlicht Zell Untertitelung des ZDF, 2020